Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Reinhard Hublow von der HBC AG aus Rottenburg. Wir bearbeiten im Auftrag der Volksbau und in Abstimmung mit allen Planungsbeteiligten den Umgang mit der Alllastensituation auf dem ehemaligen Queckgelände bzw. bei der Neubebauung. Kurz zu der Ausgangssituation auf dem ehemaligen Queckgelände. Man sieht hier auf diesem Luftbild von Südwesten nach Nordosten ein verlaufender Altarm des Neckars durch diese gestrichelte Signatur gekennzeichnet. Dieser Altarm wurde zwischen 1945 und ca. 1960 verfüllt. Ab 1945 wurde auf dem Gelände außerdem ein Betonwerk betrieben, da auch der Name Queck. Von dem ehemaligen Betonwerk ist noch in weiten Teilen des Geländes die ehemalige Bodenplatte vorhanden. Wenn wir uns jetzt diese Nutzungshistorie anschauen und betrachten, was das für den Untergrund bedeutet, haben wir hier einmal eine Linie gezogen und entlang dieser Linie einen schematischen Schnitt durch das Gelände. Das ist also dieser schematische Schnitt und dort sieht man den verfüllten Altarm in der Mitte. Dieser Altarm ist etwa bis maximal sechs Meter unter Gelände verfüllt mit Erdaushub, Bauschutt, teilweise sind auch Müllanteile beinhaltet. Dieses Auffüllungsmaterial weist erhöhte Schadstoffgehalte auf, teilweise sind auch noch Reste von Deponiegasen beinhaltet, wobei der Umfang der Deponiegase nur noch sehr gering ist, da das Ablagerungsende sehr lang her ist, nämlich etwa 60 Jahre. Außerhalb dieses Altarmes bestehen auch Auffüllungsschichten, die allerdings deutlich weniger mächtig sind, nämlich nur etwa zwei Meter. Hier ist Erdhaushub und Bauschutt mit dabei und teilweise gibt es hier auch erhöhte Schadstoffgehalte. Unterhalb der Ausfüllung ist das natürlich anstehende Bodenmaterial, das unbelastet ist. Dann haben wir in etwa vier Meter Tiefe den Grundwasserspiegel. Im Grundwasser bestehen nur geringe Belastungen, Sanierungserfordernis besteht hier nicht. Und wie vorhin schon erwähnt, in weiten Teilen des Geländes besteht die ehemalige Bodenplatte. Diese Ist-Situation wurde in vielen Untersuchungen der letzten 30 Jahre erkundet. Hier nur mal aufgetragen, die Untersuchungspunkte der letzten drei Jahre, die im Zusammenhang dann auch mit einer geplanten Neubebauung stehen. Und aufgrund der Kenntnisse wurde dann quasi ein Zielbild entwickelt für eine zukünftige Untergrundsituation für die Zeit nach der Neubebauung, damit ein gesundes Wohnumfeld entsteht. Und ich zeige das schematisch, hier dieses Zielbild, das eben erreicht werden soll durch diese Neubebauung. Da ist es einmal so, ganz wesentlich, dass die Bebauung außerhalb verfüllter Bereiche entstehen und nicht hier. In diesen bebauten Bereichen besteht unbelasteter Boden. Das heißt, hier entsteht, wird auch tatsächlich, ist ein Bodenaustausch geplant. Das heißt, verunreinigte Bodenschichten werden gegen saubere Bodenschichten ausgetauscht. Im Bereich des Altarms wird im Gegensatz zu den Bereichen außerhalb die Bodenplatte bestehen bleiben. Und auf diese Bodenplatte wird unbelasteter Boden aufgebracht. Jetzt habe ich vorhin erwähnt, dass Reste von Deponiegasen noch entstehen können. Diese werden gefahrlos abgeleitet durch eine passive Entgasung, nämlich durch hier horizontale Dränenrohre. Die angeschlossen sind an vier senkrechte Entlüftungsfilter mit Biofilter. Zusätzlich, quasi als doppelte Absicherung, werden noch Abdichtungsschichten eingebracht zwischen dem Altarmrand und der Wohnbebauung. Sodass auf keinen Fall ein Eindringen von restlichen Deponiegasen im Gebäude entstehen kann. Bei Umsetzung dieses Zielbildes, das geplant ist, ergibt sich dann für die Wohnbereiche eben, wie gesagt, eine Lage außerhalb verfüllter Bereiche, ein somit unbelasteter Untergrund. Für den Bereich des Altarms ist durch die baulichen Maßnahmen ein Kontakt mit Auffüllung und den dort beinhaltenden Schadstoffen nicht möglich. Und bezüglich der Deponiegase, auch wenn es nur noch sehr in geringem Ausmaße vorkommt, hatten wir eine doppelte Absicherung durch die passive Entgasung und die Lebenabdichtung gegenüber der Wohnbebauung. Insgesamt wird auch im Altarmbereich so ein gesundes Wohnumfeld hergestellt. Schließlich für das Grundwasser noch ist geplant und auch sicher, dass es so passiert, dass eben keine Entwässerung oder Versickerung durch den verfüllten Altarm erfolgt, damit kein erhöhter Schadstoffaustrag über verunreinigte Bodenschichten in das Grundwasser erfolgt. Dieses Zielbild wird jetzt weiter detailliert geplant, nämlich, jetzt kommen wir zum weiteren Vorgehen, dass auf Basis dieses Zielbildes und diesen umfangreichen Kenntnissen nun konkret und detailliert diese Maßnahmen geplant werden, um sie dann später umsetzen zu können. Das Maßnahmenkonzept wird dann abschließend durch die untere Bodenschutzbehörde im Landratsamt selbstverständlich geprüft und die geprüften, abgestimmten Maßnahmen werden dann Bestandteil des Bebauungsplans und werden im Zuge der Bebauung dann schließlich umgesetzt. Das heißt, wir sind im Moment in der konkreten Planungs- und Umsetzungsphase, um genau dieses Zielbild zu erreichen. Am Ende wird dann eben ein gesundes Wohnumfeld entstehen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank und auf Wiedersehen.